im 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 da ich nicht gedacht hätte dass ihr so weit kommt schaffe ich diese neue Strecke nur für euch ja dass ihr euch sehr nahe gefahren seid ich glaube das gefällt mir nicht ja damit begrüße ich hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Portal 2 hier auf meinem wunderschönen Kanal ähm mit Enderman habe ich das noch nicht gemacht hier aber ich kenne das ja schon persönlich und deswegen weiß ich auch was man so ungefähr machen muss mach dich nicht lustig über Orange hä stopp also knopf mach dich nicht lustig über mich guck mal nach unten ach so ja ach ach ich muss oben bleiben ach so ich sehe wie ihr euch gegenseitig sabotiert staune ich über eure Freundschaft da solltest du leicht das andere noch platzieren super nein warum hast du jetzt gedrückt alter nein ich weiß erstmal nicht wie die anderen Folgen ankamen das kann ich euch jetzt schon mal sagen ähm dann wir drehen das dann drehen wir das dann drehen wir das einen Tag danach genau genau da 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 super ich gehe runter ok weil ich der letzte bin ok ich glaube wir hätten irgend so einen Block mitnehmen müssen oder ok doch ähm warte 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 bleibt der geht es ja auch noch lang ne der geht es auch nicht runter doch ich weiß ich weiß wie äh bleib dort bleib dort warte ich bleib dort warte 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 ah da kannst du ne wand oh ja genau ja ja ich will schon wie ich will schon wie äh ja ist schon richtig ist schon gut so ist gut so so und du wenn du kannst genau da drüben richtig ich bin ein Genie hey 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 ich will gerade wie vieles level über es überhaupt hier gibt acht achte das geht ja machen wir wieder faire wenn natürlich nicht so lange dauert wie ich das in dem Video grad geschnitten habe das huiii äh 15 minuten was geh ich ich geh lateinisch irgendwas aus ähm Es wäre sinnlos, Blues Gefühle zu verletzen. Doch wer sich den Test genauer ansieht, merkt sofort, wer hier der kaltliche Held ist. Du bist so Rangstüttrottel. Okay, man fliegt so weit. Super. Blue, das hast du genau richtig vorher gesehen. Hä? Ja, ich hab's gewusst. Du wirst nämlich gleich abkratzen. Das war, dass das stand in deinem Gesicht. Genau, und da oben, glaub ich. Blue, da oben, irgendwo. Also so, und dann... Was passiert hier? Da passiert das. Tschüss. Ja, viel Spaß. Du musst nämlich ganz durch. Ja, dann musst du das machen. Ja, eigentlich wollte ich ja rüber gehen, aber... Ich bin zu weit. War das jetzt zu hoch oder zu niedrig? Du hattest recht, Orange. Blue war blöd genug, in deine Falle zu tappen. Es ist zu hoch, äh, zu niedrig. Dann machen wir's so. Geht es überhaupt da durch? Super. Ups. Ja, was war denn jetzt los? Gut. Die Welt ist... ...elefantastisch. Oh, nee, bloß nie. Ähm. Ähm. Ich hab'n Ball. Ja, der wird zerstört. Viel Spaß nochmal. Ja, wir haben das Töre bloß gestern genug durchgehabt. Äh, du hast oben noch eine weiße Wand. Ja, du musst da platzieren, sonst kann ich das... Ja, aber was bringt das, wenn ich dorthin platziere? Achso, ja, das bringt's was. Ja, natürlich bringt es was. Äh, rot. Kann ich dann nicht so machen? Nee, warum so? Hä, was willst du machen? Du musst hier rüber. Ah, ich muss da rüber. Glaube ich mal, oder? Nee, der geht ja kaputt. Ich müsste dann da so drüber schießen. Hier so da. Guck da. Hä, warum... Wenn du hier dagegen sch... ...alt... Kann er ja gar nicht durchschießen, Schlaumeier. Nein, von dort aus. Ja. Aber jetzt müsstest du... Genau. Das bringt mir so viel. Die Frage ist jetzt eigentlich, wo muss der Ball hin? Da hinten. Da hinten muss er, glaube ich, hin. Ja, das ist ja... Ah, okay, okay. Das ist aber schnell. Äh, ich... Jetzt verstehe ich das erst. Wollen wir mal. Das so? Das... Das... So. Was passiert eigentlich, wenn du da runter gehst? Da geht die Wand zu. Ah, diese Wand. Deswegen... Du kommst ja nicht durch, wenn du... Und das geht nicht. Du, vor allem das Geile ist ja, du kommst jetzt nicht runter. Doch, ich komm schon runter. Ja, aber dann geht dein Portal kaputt. Komm mal runter, komm mal runter, komm mal runter. Nee, warte mal. Ja, geh erstmal runter. Du kannst ja, glaube ich, von hier unten, wenn du springst, kommst du hier dran, stimmt's? Obwohl es natürlich nicht springt, weil ich dort eigentlich hin müsste. Ja, ich glaube, ich... Warte mal, krieg ich das hin? Ja, ich krieg das hin. Jetzt, du müsstest hoch. Du müsstest den Knopf drücken. Dann müsstest du mir aber erstmal das hier, da, rot. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Komm mal, dann kann ich, ähm, muss ich den roten drücken, dann geht das nach unten, dann nimmt der Ball, äh, nimmt der Strahl den Ball auf. Du musst rund, da musst an der Wand das setzen und dann kannst du auf der Rückseite noch drücken. Ja, 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 ich muss trotzdem erstmal da hoch. So, deswegen musst du erstmal hoch, deswegen drübe ich hier. Zum Glück. Melden sind wir schlau. Oh, doch. Knapp. Äh, so, bin drüben. So, warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt muss ich... Ja, mach weg. Scheiße, nein, es hat nie getroffen. Ah. Jetzt, geht das? Ah, ja. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oder so, ja, stimmt, du musst ihn ja bloß reinlegen. Ich kann mich auch... Ah. Loslassen. So, jetzt kommst du runter. Ah, ja. Hui. Genau. Was war jetzt daran eigentlich so schwer? Ernster. Ausgezeichnet, ihr macht euch beide sehr gut. Ja, geil. Wir sind beide sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, das ist eine scheiß Leistung, oder? Jeder weiß, Orange ist kacke. Blue, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Da habe ich mich erst mal schlapp gelacht. Alles klar. Es bombardiert dein Haus. Was passiert hier? Ach, hier unter uns. Hä, was bringt das hier? Boah. Alles, alles klar. Ja, okay. Ja, okay. Hui. Tschüss. Warte mal, du musst. Okay, das war richtig. Das war schon richtig. Wie bist du so gesprungen? Ja, das weiß ich noch. Ach, du hast dich hoch... Ah. So. Warte. Mach das Teil da weg. Warte, warte, warte. Welches Teil? Ah ja. Das ist schon richtig. Ach nee, so ja. Genau. Also, ich... Ja. Und jetzt bringst du mir den scheiß Cube runter, damit ich den hier drauflegen kann? Äh, vor allem... Ich hab das nicht... Ich wollte eigentlich einfach nur so springen. So zum Spaß. Ja. Ist aber schon richtig, so. So. Lass ihn da, lass ihn da, so. Schaust du nicht. Und jetzt komm... Ja, weil ich so schlau bin und das Falsche mache. So. So. Mach mal. Äh, da muss ein Portal hin. Und... Da oben muss... Gleich, gleich, nicht jetzt. Äh, was hab ich hier? Ich hab ge... Äh, rot. Portal, Portal, Portal! Genau. Uh. Er tut so, als wäre ich kacke. Ja, bist du eigentlich auch. Haben wir doch vor allem gehört. So, und jetzt... Ja, jetzt musst du dasselbe machen. Genau, jetzt geb ich dir meine Hilfestellung. Du musst erst hoch, genau. Dann muss... Da ein Portal hin. Kriegst du das überhaupt? Ich treff. Welches ist zuerst das zuerst? Let's go! So, wie? Das ist witzig. Cool, die Kamera bewegt sich mit. Zwar ist für die Tests Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch im Zweierpack vertraue. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Keine Ansage? Okay. Auf wen? Irgendwie macht das Angst... Ach. Oh. Ich erzählte gerade der Remontageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Oh. Mir denken, es reicht. Menschlichkeit ist nie gut, Leute. Alter, das ist... Müsst ihr euch merken. Das ist ein Flug hier. Nee, das muss weiter runter, das muss weiter runter. Nö, nö. Das muss weiter runter. Das sag ich doch. Na, au. So. Ja, wohin? Oh, jetzt wird's riskant. Was passiert jetzt? Nein, 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 ich will nicht. Na. Ja, ich will immer anderen. okay wir haben was vergessen was denn haben die kugel vergessen ich will nicht mehr welche kugel wusste eine kugel was muss man denn hier machen aber ich fühl mich mal kurz ich will nicht mehr das war mir jetzt gerade so eh warum machst du das mit orange ja genau warum hast du das welche kugel ist jetzt die große frage fragen über fragen mal hier oben ist noch was ja eben das ist ja nein ja passt im flug wer ist der meister so was haben wir hier also habe ich den kunden naja du kannst ja selber noch gucken ach so ok gut achte eine mitte passiert das das heißt du musst müsstest jetzt fliegen das im flug fangen bringt das hier rüber hier haben auch ein portal zu schießen der laser schießt drüber dr let's go es war so das war knapp das war sehr knapp das habe ich gar nicht aber es ist richtig knapp da war kacke und der hing in der luft so bohr so mag ich das der war scheiße der hing schon wieder in der luft was sind das hä hä alles klar wer der was komm du komm mal hoch ich mach das jetzt mal ja super das lief genau wie geplant ja ja finde ich auch ich will es ja auch im seels letzte ja es ist das letzte nein du machst hei hä du kackst gerade richtig rein so ok das will ich nämlich jetzt mal machen so hä läuft doch hä ist doch falsch ja aber dieses teil fällt dann da rein und kommst du dann hier zu mir ach so ach so aber dann muss ich jetzt erstmal wieder hoch ah nee warte ich muss weiter runter halt trotzdem trotzdem muss ich erstmal wieder hoch warte lass mich doch erstmal ey ey NAAAAAAA doch weiter runter wir und Freunde super dann kannst du da ins da platz ziehen und dann da platz ziehen und dann fällt das teil komplett durch werde ich weiß dass man wieder durchkommen um zu drücken nnnn n aims cancersc so richtig ich glaube so ist besser mehr aber wir müssen ihr auch das teilweise Alb was ist hochシ ja oder so necessimmig Mir Write influence so genau jetzt sind jetzt macht ab der laser hier muss da rein und dann drüber ranzukommen weil dort hast du mir auch noch eine weiße wand hier drin ist das auch eine weiße wand ja aber gut war ein gipme wird mir das teil wenigstens damit ich es mal habe Rcker Römer der Mama Mama würde es gehen nichts war nicht machen das blaue portal weiter runter dann Dann kann ich nämlich, äh, hätte ich da ein Portal reinmachen können. Hä, warum hab ich ihn? Ja, das geht nämlich nicht. Ich hab schon eine Idee gehabt. Jetzt kommt er so. Ah. Ja, du kommst nämlich, kommst du durch? Ja, so geht's. Hab. So. Ja, sehr schlau. Sehr, sehr schlau. So. Ja. Oh, das war natürlich nicht geplant. Ähm, jetzt gehen wir, jetzt müssen wir. Das war ein Anschlag auf mein Leben. Jetzt müssen wir erst wieder da rüber. Wie sind wir da rüber gekommen? Ah ja, ich weiß es. Lassen wir erst wieder alles von vorne machen. Ja, ich würde gerade sagen, am besten gehen wir von vorne los. Wo, ungefähr da, oder? Ja. Ja. Super. So, die Scheiße ist aber, ich kann kein Portal setzen. Dann platziert hier ein rotes. Ja, da kommt der Laser raus. Oh. Ja, das funktioniert. Okay. Okay. Es ist natürlich die Frage, der Laser muss bestimmt dauerhaft drauf kommen. Oh. Ja, der Laser muss dauerhaft drauf kommen. Gut, dann musst du es versuchen, allein hinzubekommen. Wird ja auch... Ja, alleine. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Genau so. Wird ihr jetzt auf... Große Gesten herumscharf... Freigeschaltet. Ja, irgendwie schon. Also ich nicht. Da hab ich so Bock drauf. Lou, wie gut kennst du Orange letztlich? Vertraust du Orange? Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Das stimmt sogar. Woher weiß die das? So, Leute, da würde ich sagen, was hier passiert, das sehen wir natürlich in den nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen oben, wenn ich einen da unten unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal sagt euer Menzi und euer... Warte kurz. Ja, ich. Tschüss. Ciao.